Vorwort. Es ist unbestritten, dass das Geschäft für Hanfshops derzeit gut läuft, in fast jedem Ort gibt es inzwischen einen Shop, der mit einem Hanfblatt auf Produkte aus und mit Cannabidiol, CBD, aufmerksam macht. Doch was ist dran an dem Hype? Hört der Konsum von Hanfprodukten einfach zum momentanen Lifestyle, oder geht es dabei wirklich um gesundheitsfördernde Eigenschaften? Die Kunden von Hanfshops sind jedenfalls äußerst vielfältig, die ein Lokaltermin zeigte, der kiffende Student, der mit CBD seinen Cannabiskonsum reduzieren möchte, die ältere Dame, die Verschämte murmelt, sie habe da so etwas über legales Hasch gehört, von dem man besser schläft, und kichernde Jugendliche, die hoffen, dass unter der Ladentheke das richtige Cannabis verkauft wird. Tiffen für Streber betitelte das Zeitmagazin einen Artikel über CBD-Produkte. Bestritten ist der legale CBD-Konsum vor allem bei Millenials deshalb so beliebt, weil es perfekt als natürliche Entspannung verkauft wird. In Zeiten der Burnout-Prävention, wo Self-Care und Wellness stets ein offenes Ohr finden, klingt das perfekt. Bestimmt steckt auch die Hoffnung dahinter, dass, wenn man sich erst an den Konsum von legalem Cannabis gewöhnt hat, die Legalisierung von THC in greifbare Nähe verrückt. Ist Kiffen ohne Bekiff zu sein also nur eine clevere Marketingstrategie, damit ihr euch darüber eine eigene Meinung bilden könnt, haben wir für euch im CBD-Ebook von metaller.de eine große Menge an Informationen zusammengetragen. Diese sind übrigens nicht die zusammenkopierten Verkaufsempfehlungen unserer Affiliate-Partner, sondern werden durch wissenschaftliche Beweise und Studien untermauert. Welche Informationsquellen benutzt wurden, seht ihr im angehängten Quellenverzeichnis. Wir wünschen euch gute Unterhaltung bei der Lektüre und hoffen, dass ihr euch ein paar Neuigkeiten berichten können. Haftungsausschluss bzw. allgemeine Hinweise zu medizinischen Themen 1. Die hier dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der neutralen Information. Wir erheben nicht den Anspruch, einen Rat eines Arztes oder Apothekers zu ersetzen. Ganz im Gegenteil, wir ermutigen dich ausdrücklich, diesen zu suchen. 2. Nutze die gewonnenen Informationen keinesfalls für eigenständige und ungeprüfte Diagnosezwecke oder zur Behandlung, Heilung oder Verhütung von Krankheiten. 3. Nimm sie auch nicht als Grundlage für eigenständige Diagnosen sowie den Beginn, einer Änderung oder gar der Beendigung einer Behandlung von Symptomen oder Krankheiten. 4. CBD-Produkte werden als Nahrungsergänzungsmittel angeboten und stellen in keiner Weise einen Ersatz für verschriebene Medikamente dar und dürfen bei Schwangerschaft oder während der Zeit des Stillens nicht angewendet werden. Auch hier, frag deinen Arzt oder Apotheker bevor du mit der Einnahme oder Anwendung beginnst. 5. Alle hier dargelegten Texte erheben weder einen Anspruch auf Vollständigkeit noch kann die Aktualität, Richtigkeit und, wissenschaftliche, Ausgewogenheit garantiert werden. 6. So sorgfältig recherchiert diese Informationen auch sind, sie ersetzen in keiner Weise die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. 7. Bei gesundheitlichen Fragen oder bei Beschwerden oder Unverträglichkeiten während der Einnahme, frag deinen Arzt oder Apotheker. 8. Wir übernehmen keine Haftung für Fehlinterpretationen dieser Informationen, für daraus gezogene Bewertungen und Einschätzungen oder Diagnosen. 9. Ebenso übernehmen wir keine Haftung für Schäden, Unannehmlichkeiten oder Nebenwirkungen, die sich aus der Anwendung und Umsetzung der hier dargestellten Information oder Produkte ergeben. 10. Mit einem Satz, du bist für dich selbst verantwortlich für die Folgen. Informiere dich daher gut und gründlich.